ja nur jetzt kommt zu einem weiteren let's play world thanks und zwar heute mit dem e 75 hier tier 9er match mit auf beiden seiten mehr auf unsere seite haben wir sogar mehr wir haben die hat nur gerade mal fünf tier 9er und wir haben ja ich glaube das sind sieben wenn ich mir jetzt hier ja und ja also dieses match ist ganz lustig wir haben natürlich die 128 mm montiert wie gesagt steht ja auch noch mal links natürlich habe ich jetzt schon 75 vollkommen ausgerüstet mit jeglichen extras und so weiter und so fort wir haben zehn prozent schelle nachladezeit 5 prozent zu allen kurskills hinzu und was war das dritte das dritte war glaube ich noch mal mehr mit genau vertikale stabilizer das heißt 20 prozent genauigkeit während der fahrt und turmdrehung ja also wir starten schon mal mit einem spot für mit vk 28 01 also wir wissen schon mal die nation so ein paar spotter aber erstmal um die eindruck natürlich 50 spot der ist aber gecheckt hat deswegen gespottet haben und dafür zurück deswegen können wir uns das abschminken vk 28 01 ist ein bisschen zu schnell und schon wieder weg ich muss nur hier aufpassen auf der freien platte natürlich immer dass man also weil man ja hier auch so aber oben steht nicht von rechts getroffen worden ja genau das war eine lore autoloader französische rw ne medium medium ist das und der hat uns gleich mal ein autoloader schnell reingeballert naja nicht so schlimm unsere panzerung hat es abgewehrt hat keinen schaden gemacht und dieser aufklärungspanther tut mir jetzt auch sehr leid denn der kriegt jetzt so eine penetration da er hat mein kumpel hat die kette abgeschossen waren 470er schelle und der ist erst mal weggefahren mit lowlife wie sonstwas so weiter geht's wir rücken mal vor hier ist 8 nicht durchgegangen ich versuche natürlich jetzt meine arme also meine panzerung so zu zu mich so hinzustellen dass natürlich ich nicht gehittet werde und da haben wir die lore 40 t erwischt und sie ist futschi sie hat uns noch mal versucht zu erwischen aber hat daneben geschossen aber wie sollte wie sollte man sie auch mit einer lore hinstellen str1 der nicht gespottet ist ganz wichtig es steht da nur noch der is8 der einzige spot und sonst habe ich noch auf der karte in is 300 e 50 und das war ein schuss daneben aber immerhin die teammates haben ihn geholt dann ist das nicht so schlimm so den sd 1 aber kein spot ist 300 e 50 ja jetzt haben wir den is 3 hier gespottet und bam er prallt ab an meinem turm ich komme bei seinem turm natürlich durch easy peasy man sieht aber sehr wenig durch diesen büsch aber er ging wieder durch 460 mal wieder und wird es schon in den ersten vier minuten 2.617 schaden gemacht so weiter geht's da ist er wieder der is 3 jetzt haut er ab bisschen sich darauf sagt wieder eine stelle 506 jetzt eine krasse stelle war das mit 490 alpha damit schrift 506 immerhin jetzt hat er uns noch mal was gegeben aber dafür musste er dran glauben jetzt wurden von rechts ketten abgeschossen vom str1 der nicht gespottet ist wir uns jetzt noch mal eine reinhaut und immer noch nicht gespottet ist und bevor er uns noch eine reinhaut habe ich entschieden die ketten mit meinem ja ersatzsteiger zu reparieren was natürlich kostet eine 3000 aber ich denke mir ja okay dann weiß ich halt das dafür anstatt dass ich damit noch im schlachtfeld drauf gehe weil dieser str1 eine gute nachladezeit hatte ich weiß gar nicht ob der ein autoloader hat aber ich denke einfach der hat eine gute kann mit einem guten autoloader nicht so viel durchschlag jetzt hat mein autoloader automatische feuerlöscher getroffen bam wir haben ihn in die kette abgeschossen jetzt hat er unsere rechte kette beschädigt aber unsere panzerung da geht das natürlich nicht durch bam eine kette von uns ist futsch dafür ziehe ich auf den benzintank bam 520 und er kommt bei uns natürlich nicht durch weil er nicht die gute nicht so eine gute penne hat und von einem teammate vom is8 der jetzt den str1 geholt hat haben wir das noch gemacht immerhin 4157 schaden schon in den ersten 6 minuten und wie man sieht der panzer ist krass beschädigt also ziemlich vieles abgeprallt aber dass da was an der oberen platte durch ist auch lustig naja nicht so schlimm immerhin schau mal wer uns jetzt noch übrig bleibt der wd auf panzer 4 steht da hinten aber der weiß ich nicht ob das macht ah die stehen mit dem rücken zu uns der e50 und der jagdtiger das heißt erstmal den e50 holen der jagdtiger der hat uns jetzt gecheckt dass wir hinter ihm stehen jetzt hat das gecheckt was machen wir also versuchen sein seine ketten abzuschießen nehmen aufs hinterste rad schießen zielen und feuern hinterste rad futsch er nutzt den repair kit und will sich aber noch retten keine chance der e50 hat ihn zu früh und damit war es das mit dem ja video beziehungsweise mit dem replay aber jetzt haben wir ganz kurz da noch einmal einen blick auf die stats werfen wir haben jetzt gerade oben links wie wir sehen 4988 damage gemacht ja das schauen uns das jetzt an ja ich muss sagen das match ist ganz gut gelaufen wir haben knapp 2000 ep ohne doppel ep natürlich haben 280000 eingenommen was nicht so ganz stimmt weil die kugeln und die reparatur vom e75 so viel kosten wie ihr sehen könnt haben das aber ganz gut hingekriegt mit 4988 damage im spiel ähm 1550 äh sind ja an uns abgebreitet haben wir nicht schlecht gemacht also das war eine gute aktion fand ich und haben gleich zweimal die auszeichnung stahlwand und großkaliber gekriegt ähm 13 schüsse abgegeben 13 davon getroffen und 13 sind durchgegangen jo das war eine ganz gute runde ich bin sehr sehr begeistert vom e75 wie immer man muss ihn natürlich mit der panzerung umgehen können das problem war dass ich den str1 nicht bemerkt habe aber habe ich ja dann ganz gut noch hingekriegt mehr oder weniger der e75 ist schon ein schöner panzer muss man schon sagen jetzt müssen wir noch hier meine ressourcen nachfüllen so und ja immerhin leute dann war es wieder mit dem let's play machts gut und bis zum nächsten mal Ciao